Michael, we have a solution for you. Wir haben jetzt eine Lösung für Michael. Da er so viel Bild abgenommen hat, gibt es in drei Minuten Abend, wo wir zum Dank für die Präsidentschaft einen Gutsche geben für das Essen zum Zweiten. Wow, wunderbar. Damit wieder ein bisschen zu greifen. Applaus Wunderbar. Ah, ja. Du hast so viel für uns gemacht. Es darf aber ein paar Geschenke kommen. Das sind noch zwei Geschenke, die gerade unterhalten. Einerseits, wenn du den ganzen ließen Abend und da sei der Präsidentschaft. Wenn du deine schreibst. Und wenn dir langweilig wird, noch etwas für den Stoffen. So, wenn du schreibst und schreibst. Okay, vielen Dank für deine Präsidentschaft. Für deine große Arbeit. Alles Gute für Deine. Du hast es seit wenigen Jahren vor dir. Kann ich das sagen. Kommt mal zum ersten Mal bei dem guten Kapitän sein. Dann ist es gut. Danke, lieber Herr. Okay. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den Abbruch langsam zu beenden und euch bitten, an den Tischen Platz zu nehmen. Es gibt keine Tischeordnung. Es ist extra so genannt, damit wir auch jetzt hier zufrieden planen, die Gemeinschaft entwägen und neue Gemeinschaft zu schliessen. So, ich würde like to ask you to go to the tables. There is no seating. The seating is free. Go wherever you want. Meet old friends and make new friends. Jetzt wünsche euch eine schönen Abend und viel Mühe. Sehr gut. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020